So, hier haben wir den Joe und er fliegt unseren neuen Sir Edmund Race. Das ist der weiß-rote Schirm hier. Ein Singleskin in ganz neuer Technik, der richtig Durchzug hat und der auch sehr, sehr gut beschleunigt werden kann. Extrem dynamisch. Wir sind hier beim DMEV Workshop. Sehr geil Joe. Möchtest du ein paar Sachen dazu erzählen? Jo, das ist, wahrscheinlich hat der Sascha schon gesagt, der Sir Edmund Race. Ein super schneller Singleskin in einer ganz neuen Bauweise mit hier in Rot sehr schön sichtbar Diagonalrippen drin. Das heißt, nicht jede Rippe ist abgefangen mit Leinen. Das macht den Schirm sehr schnell in der Luft, super dynamisch, absolut agrofähig, macht richtig Spaß das Teil. So, du bist jetzt mit was von der Motorisierung geflogen? Ja, das ist der HKA 30 8XL, glaube ich, mit 4S. Aber leider ist mir gerade der Regler ausgestiegen, deshalb konnte ich nichts zeigen. Aber so ist das immer, wenn man live ist. Aber wir versuchen es gleich nochmal. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. An die beiden Zuschauer, liebe Grüße. Die restlichen Millionen, die begrüßen wir dann morgen. Grüß dich Markus, grüß dich Stefan. Unser Kollege schaut zu, Stefan Neureiter. Hi Stefan. Hi Stefan. Hallo Stefan. Hallo Markus. Hallo Stefan. Welcher Markus ist denn jetzt? Da gibt es ja auch ein paar. Hammer. Ach der Hammer, dann haben wir es ja. Hammer, Hammer, Hammer. Wieder live in Facebook. Jawoll. So, wir melden uns gleich wieder. Wir sehen uns wieder. Bevor делать das Thema? Wenn du amdrecht zu ver elseパaltet bilden lassen, Jorge. Wenn. ..'